Herzlich Willkommen im Steinbeiß Engineering Park 2021. Mein Name ist Daniel Wehrt und ich freue mich, wir freuen uns zusammen mit dem Ferdenhahn-Steinbeiß-Institut heute diese Veranstaltung live durchführen zu dürfen. Es freut uns vor allem, dass Sie in dieser großen Anzahl heute auch im Auditorium erschienen sind. Für uns als Ferdenhahn-Steinbeiß-Institut, als ein Forschungsinstitut im Bereich der Business-Transformation, der Veränderung von Geschäftswelten, vom Business, im Kontext von Digitalisierung heute eine Premiere in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, wie ich gerade mit dem einen oder anderen von Ihnen schon sprechen konnte, endlich wieder eine Veranstaltung live. Im direkten Austausch 1 zu 1 von Unternehmern zum Unternehmen, von Gleichgesinnten zu Umsetzern, zu Wissensbegierigen, von Wissenschaftlern zu Entscheidern, letzten Endes wieder 1 zu 1. Die zweite Sicht, warum es eine Premiere ist für uns, ist eine Veranstaltung im hybriden Format. An dieser Stelle heiße ich Sie, heißen wir Sie hier im Auditorium herzlich willkommen und Sie, liebe Zuhörerinnen oder Zuschauer im Online-Bereich, auch an Sie ein herzliches Hallo. Es freut uns, dass Sie sich heute haben einladen lassen zu einem Titel, der auch für uns neu ist. Intelligente, vernetzte Produkte, wenn künstliche Intelligenz auf das Internet der Dinge trifft. Eine Kombination von KI und IoT, im weiteren Verlauf die Zusammenführung zum Thema AI-OT. Ich bin gespannt, wie wir alle damit in den nächsten Stunden miteinander umgehen, was Sie für sich am Ende der Veranstaltung mitnehmen und vor allem, wie wir uns nachher in den Pausen oder auch im Anschluss miteinander austauschen. Der Titel hat bei Ihnen sicherlich die eine oder andere Frage aufgeworfen. Ich könnte auch sagen, ich hoffe, dass der Titel die eine oder andere Frage bei Ihnen aufgeworfen hat. In der Vorbereitung auf den heutigen Tag hatte ich mit dem einen oder anderen Teilnehmer ein Gespräch. Und in diesem Diskurs möchte ich Sie kurz mitnehmen. Wir sind mit der Frage gestartet, warum sind wir, warum sind Sie eigentlich heute hier? Warum sind wir als Unternehmer heute an der Stelle, wo wir eigentlich heute sind? Welche Entscheidungen, welche Services, welche Produkte haben uns letzten Endes dahin geführt? In diesem Zusammenhang sind wir ein kleiner Schritt zurückgegangen, haben uns mit den Gedanken etwas treiben lassen und sind etwas nostalgisch, etwas historisch geworden. Jede Zeit hat seine Monumente. Die Zeit der Antike. Die Erbauung von Pyramiden, deren Daseinsberechtigung bis heute unbestritten. Und wer einmal davor gestanden hat, in der Strahlkraft und Wirkungsweise auf jeden einzelnen Phänomenal. Ein immenser Kraftakt von vielen Personen, durchgeplant bis ins letzte Detail. Aber bis heute fehlt die finale Bestätigung, wie dieses Konstrukt eigentlich erschaffen wurde. Wie jeder einzelne Stein zu einem gesamten Bilde zusammengebaut wurde. Und denken Sie einmal für sich einen Moment nach, welches Monument gab es beispielsweise im 13. Jahrhundert? Wir sind im Bereich des Mittelalters. Auch das Mittelalter als Pendant zur Antike. Beeindruckende Bauten, Burgen, Flösser, Paläste und Festungen. Es war aber auch die Zeit der Erfindungen der Windräder, der Wassermühlen. Den großen und wenn wir es ins Kleine gehen, die Erfindung des Hufeisens. Eine kleine, feine Entscheidung, aber mit einer großen Wirkung für die damalige Zeit. Jedes für sich einen Nutzen für die einzelnen Gewerke, für die Handwerke, die man vielleicht damals noch nicht kannte, welchen Vorteil, welchen Nutzen, welche Innovation steckt dahinter. Alles in allen Monumente einer Zeit, welche ihre Daseinsberechtigungen hatten, welche ihre Daseinsberechtigungen haben, dennoch permanent weiterentwickelt wurden, optimiert wurden. Oder durch gänzlich andere Erfindungen vom Markt verschwunden sind. Monumente einer Weltgeschichte, die für sich genommen eine mehr, das andere weniger ihren respektabenden Platz in den Geschichtsbüchern gefunden haben. Jetzt bin ich mit der letzten Geschichte vielleicht einen Schritt zu weit gegangen. Warum? Sein Kollege Heiner Lasi hat es mit den Pyramiden angetan. Er hat ein Faible dafür entwickelt. Was es mit dem Monument dieser Zeit, mit seiner Pyramide zu tun hat, Ich darf Ihnen Heiner Lasi selber sagen. Herzlich Willkommen. Monumente der Weltgeschichte. Pyramiden. Ich liebe sie. Vielleicht, weil sie so einfach zu zeichnen sind. Und Pyramide schaffe ich bezeichnen. Vielleicht kommt das Faible für Pyramiden aber auch daher, dass wir es tagtäglich mit ihnen zu tun haben. Erinnern Sie sich noch daran, als die Pyramide in der Grundlagenvorlesung Betriebswirtschaftslehre erklärt wurde? Schmalenbach und Gutenberg als Planer der Unternehmenspyramide. Wie sind Unternehmen erfolgreich zu gestalten? Wie schaffen wir Aufbauorganisationen, die zielführend sind und die Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen? Da entstand die Pyramide auf dem Papier. Wir haben gelernt, wir brauchen funktionale Strukturen, haben unterschiedliche Funktionen im Unternehmen und die Pyramide steht nicht für die Pyramide in Giese, sondern steht für jedes einzelne Unternehmen. Und als BWLer stellen wir es gerne als Pyramide dar. Wir haben Funktionen in Unternehmen, Forschung, Entwicklung, Logistik, Produktion, Vertrieb. Nehmen Sie Ihr Unternehmen ran, können Ihr Unternehmen als Pyramide darstellen mit Funktionen. Und wir haben in den 60er, in den 70er Jahren gelernt, wie wir clever Pyramiden, wie wir clever Unternehmen bauen. Und dabei heraus kamen funktionale Organisationen, die wettbewerbsfähig waren. Fokussiert auf Wertschöpfungsprozesse. Die Abarbeitung von Wertschöpfungsprozessen in einer bis dato nicht gekannten Effizienz. Dazu hat auch gehört, dass wir Maschinen zur Verrichtung in die Pyramide mit aufgenommen haben. Also die sogenannten operativen Bereiche, die direkt wertschöpfenden Bereiche, in denen Steuerung das große Thema war. Steuerung von Maschinen, von Prozessen, von Abläufen. Und dann, so lehrt es uns die Unternehmenspyramide, über den operativen Einheiten gilt es, möglichst schlank, mit einer klaren Spitze, die dispositiven Unternehmensbestandteile zu organisieren. Wir haben Querschnittsfunktionen, wie Buchhaltung, Rechnungswesen, die über alle Bereiche hinweg Relevanz und Funktion haben. Und wir haben eine Unternehmensleitung, da läuft dann hoffentlich die Spitze zusammen. Mit dem Bau dieser Pyramiden haben wir ein Phänomen erlebt, dass in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, neue Baupläne hinzugekommen sind. Baupläne, die entwickelt wurden, um Unternehmen befähigen, zielführend IT zum Einsatz zu bringen. Grundlage Wirtschaftsinformatik, erstes Semester, Automatisierungspyramide. Ausgehend von der Organisationspyramide haben sich damals EDV oder Betriebsinformatiker, wie sie ja immer geheißen haben, Gedanken darum gemacht, wie können wir mit IT Forschung und Entwicklung effizienter gestalten. Es sind CAD-Systeme entstanden und CAD-Systeme haben den Weg in Unternehmen gefunden, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Im Bereich direkter Wertschöpfung operativer Systeme haben wir eine grandiose Entwicklung von Automatisierungstechnik erlebt. Automatisierungstechnik, Automatisierungstechnologietechnik im Einsatz, die Unternehmen dazu befähigt hat, Effizienzsteigerung, Steuerungsfunktionalität in Informationstechnik abzubilden und so wirtschaftlicher zu werden. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns einig, die Automatisierungspyramide ist noch kein Monument im Geschichtsbuch. Wäre interessant zu wissen, wie viele von Ihnen, wie viele Unternehmen, in denen Sie tätig sind, sich mit diesen Automatisierungspyramiden beschäftigen. Wo Sie aktuell dran sind, vielleicht, was ist das geeignetste ERP-System, nehmen wir ein SAP oder nehmen wir ein Microsoft Navision oder haben wir eine Betriebsgröße, die eher für ein Sage oder für ein Lexware-Produkt spricht. Typische IT-Vorhaben, Optimierung, Effizienzsteigerung, bestehende Organisationsstrukturen mit IT, mit Software zu unterstützen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu steigern. Vielleicht sind Sie auch am Punkt und sagen, okay, wir beschäftigen uns mit dem Thema MES, Manufacturing Execution Systeme. Wir brauchen Schnittstellen in die Automatisierungstechnologie. Wir wollen durchgängig Daten vom Shopfloor, von der Werkstatt, von der Halle in unsere betriebswirtschaftlichen Systeme bringen. Vielleicht sind Sie im Moment am Punkt und sagen, uns interessiert das Thema BI, Business Intelligence. Systeme, die dazu da sind, Management Reporting, Entscheidungsunterstützung zu befähigen. Die Systeme, die anhand unserer Organisation gezielt im Unternehmen eingesetzt werden, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Jetzt können wir weitergehen. Wo setzen wir KI ein? Wo bitte ist in der Pyramide die richtige Stelle, die richtige Stellen, um künstliche Intelligenz, Algorithmen zur Entscheidungsfindung zu unterstützen? Da würde wir viele Stellen finden, keine Frage. Als Forscher, als Wissenschaftler wage ich jetzt aber die These, Pyramiden, Organisationspyramiden, Automatisierungspyramiden, sind kein Relikt der Vergangenheit, aber aktuell auf dem besten Weg zu einem Monument der Geschichte zu werden. Jawohl, die Pyramiden haben einen verdienten Platz in unseren Geschichtsbüchern. Wir haben dazu beigetragen, dass seit dem Zweiten Weltkrieg, dass seit der 50er, 60er, 70er Jahre unsere Unternehmen Weltmarktführer geworden sind, unsere Wirtschaft geboomt hat, weil wir es wie wenige andere verstanden haben, unsere Unternehmen zu gestalten, organisatorisch und IT-technisch. Wenn wir aber den Blick ehrlich in die Zukunft richten, dann müssen wir feststellen, wie es eingangs geheißen hat, dass jede Epoche, jedes Zeitalter hat seine Monumente, Zweckbauten, die in einer gewissen Zeit einen guten Nutzen getan haben, die gute Dienste getan haben, aber deren Zeit irgendwann in den Geschichtsbüchern festgehalten wird mit einem Enddatum. Und an der Stelle denke ich, aus unserer Perspektive, aus unserer Wahrnehmung, aus unserer Beobachtung, aus unserer Forschung, stehen wir im Moment, was ansteht, ist der Wechsel. Pyramide, wir haben sie, Pyramide, wir haben sie gut optimiert und vielleicht haben wir noch die ein oder andere Hausaufgabe im Kontext der Pyramide, fokussiert auf unser Unternehmen, fokussiert auf die wertschöpfenden Prozesse unseres Unternehmens, noch die ein oder andere Verbesserung vorzunehmen. Aber neue Wertschöpfung, digitale Geschäftsfelder, Nutzenstiftung in Bereichen, wo wir heute noch keine Wertschöpfung haben, finden sich überwiegend nicht in Pyramiden. Und deshalb wollen wir heute mit Ihnen den Schritt wagen und den Ausblick wagen, was ist die nächste Epoche, was ist eine zielführende Unternehmensarchitektur, was sind zielführende Geschäftsfelder, was sind zielführende Geschäftsmodelle auf dem Weg, neben der Pyramide bereits jetzt, was Neues aufzubauen, um zukünftig wettbewerbsfähig zu sein. Und Sie haben mich richtig verstanden, die Pyramide besteht, die Pyramide wird genutzt, die Pyramide ist noch gut, sie hat einen Zweck und wir sind gut bedient, wenn wir unsere Hausaufgaben in der Automatisierungspyramide erledigt haben. Die Automatisierungspyramide, klassische Softwareprodukte, monolithische IT-Systeme werden uns aber nach unserer Wahrnehmung nicht in das nächste Jahrzehnt ragen. Brauchen wir andere Lösungen. Und wie diese Lösungen aussehen, möchte ich Ihnen kurz skizzieren. Jetzt greife ich auf ein zweites Flipchart zurück. Vielen Dank. Wir lassen die Pyramide stehen, ich habe sie nicht weggefahren. Wir haben sie, wir nutzen sie. Aber wir glauben, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um ein weiteres Spielfeld zu eröffnen, um einen Weg neben der Pyramide zu beschreiten. Wir wollen nicht bestehende Software fokussieren, sondern wir wollen schauen, wie kann Wertschöpfung, wie können Nutzensszenarien außerhalb der Pyramide realisiert werden. Warum? Ich denke, viele von Ihnen machen die Erfahrung tagtäglich. Die Pyramide hat Lagerestriktionen. Wir haben uns jahrelang berechtigterweise auf unsere Unternehmen mit unseren Unternehmensgrenzen und IT-Bebauung für unsere Unternehmen fokussiert. Jetzt haben wir das Zeitalter mit Internettechnologie, Wertschöpfung außerhalb der klassischen Wertschöpfungsprozesse. Wir haben Wertschöpfungsfragmente außerhalb unseres Unternehmens, wo wir, zumindest in der Annahme, die Möglichkeit haben sollten, auch Wertschöpfung zu erbringen. Wir tun gut dran, den Blick über unsere Kernprozesse im Unternehmen herauszuweiten und zu schauen, wo können Nutzensszenarien entstehen, wo wir mit unserem Unternehmen, mit unseren Fähigkeiten, Nutzen generieren können, an Wertschöpfung partizipieren können. Und jetzt bin ich branchenunabhängig. Die Aussagen, die ich jetzt treffe, die können Sie für sich nehmen, egal ob Sie Handwerks sind, in der Bäckerei sind, ob Sie ein Industriebetrieb sind, ob Sie im Versicherungswesen tätig sind, ob Sie im Finanzwesen tätig sind oder in einer anderen Branche. Das Zeitalter, das nach unserer Beobachtung jetzt beginnt und wo es gilt, Monumente zu verlassen, hat ein Charakteristikum, Branchen, Grenzen werden verschwinden. Hier hat ein Sinne relevant. Die IT-Bebauung macht sehr wohl einen Unterschied, in welcher Branche ich bin, wie mein Wertschöpfungsprozess charakterisiert ist. In Zukunft geht es darum, in einem breiten Feld Teilhabe an Wertschöpfung zu haben, Nutzensszenarien realisieren zu können. Und wir merken, die Grenze verschwimmt. Wir brauchen landwirtschaftliche Prozesse, die eine sehr große Ähnlichkeit haben wie Industrieprozesse, die eine sehr große Ähnlichkeit zu Gastronomieprozessen haben, etc. Und wenn wir eine Fähigkeit haben, um in der Landwirtschaft Nutzen zu stiften, vielleicht haben wir dann die Fähigkeit auch für die Gastronomie, für die Industrie, für die Medizin, wo auch immer. Also Branchengrenzen verschwimmen, die Pyramidengrenze wird gestrichelt, löst sich auf. Da sind unsere klassischen Softwareprodukte nicht mehr am Horizont der Zeit. Was ist dann am Horizont der Zeit? Was sind Lösungen, die es heute gibt, die nicht in den Jahren entstehen, sondern die es heute gibt und die wir einsetzen können? Vielfach ist die Rede vom Internet der Dinge, Internettechnologie. Internettechnologie als ein Sammelsorium für Technologien, die Konnektivität und Interoperabilität gewährleisten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit der Kommunikation und der Interaktion. Und wir glauben, wir tun gut dran, diese heute zu nutzen. Was heißt das? Interaktion und Kommunikation. Wir haben es mit unterschiedlichen Objekten zu tun. Mal wieder Kästchen für Objekte. Sie werden heute Szenarien kennenlernen, da mag das Objekt ein Akkuschrauber sein. Aber nicht beschränkt auf Handwerkszeug. Wir haben Szenarien, da mag es eine Logistik-Einheit sein, eine Box, ein Logistikbehälter, was auch immer. Vielleicht interessiert das Objekt auch einen Motor oder eine Maschine oder einen Traktor oder einen Gabelstabler oder ein Windrad, was auch immer. Und innere Konnektivität und Interoperabilität bedeutet zunächst mal, wir sind heute technisch in der Lage und sind heute in der Lage wirtschaftlich, technisch möglich, wirtschaftlich sinnvoll, von realen Objekten sogenannte digitale Abbilder, wir dürfen es auch digitale Zwillinge nennen, da sind wir leidenschaftlos, zu bilden, und diese Abbilder repräsentieren den Zustand des Objektes in der Realität. Ein sehr einfaches digitales Abbild sein, sehen wir den Motor, was interessiert uns am Motor, jetzt können wir als Techniker kommen und sagen, wir konstruieren Motoren, dann interessieren uns vielleicht Parameter, die eher aus dem Bereich CAD, also aus dem Bereich Geometriebeschreibung kommen. Jetzt haben wir aber den Motor im Einsatz, dann interessiert uns vielleicht, welche Drehzahl hat der Motor, welche Leistungsaufnahme, Stromaufnahme hat der Motor, welche Temperatur hat der Motor, vielleicht auch die Vibration, die Erschütterung. Also ein digitales Abbild ist heutzutage in der Regel nichts Kompliziertes, sondern ein auf Basis von Internettechnologie zugängliches Zustandselement von einem Objekt der Realität. Und wenn wir uns umblicken als Wissenschaftler, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann stellen wir fest, zunehmend reale Objekte verfügen bereits über digitale, virtuelle Abbilder. Zustände von Objekten in der Realität repräsentiert in ihren digitalen Abbildern und da kommen wir zu einer wichtigen Ebene, der Plattform-Ebene. In der Regel finden wir sowas auf Plattformen, auf offenen Plattformen, also internetbasierten Plattformen, digitale Abbilder, die den Zustand der Realität repräsentieren und die über Internettechnologie repräsierbar sind. In der Konnektivität. Was heißt jetzt in der Operabilität? Das Zusammenspiel. Das Zusammenspiel bedeutet, dass wir in der Lage sind, Zustände unterschiedlicher Objekte heranzuziehen, um beispielsweise Analyse-Services zu gestalten, Service um damit Zustände zu erkennen. Zu erkennen, ob Zustände kritisch sind im Zusammenspiel unterschiedlicher Objekte. Vielleicht sogar den Schritt weiter, Services zu gestalten, die dann eingreifen und den Zustand von Objekten in der Realität verändern. die Architektur, die aus unserer Wahrnehmung die Pyramiden-Architektur zunächst ergänzt, vielleicht gänzlich ablöst, ist eine offene Plattform-Architektur auf Basis von Technologien, wie wir sie heute haben. Ergänzt um digitale Abbilder, wie wir sie teilweise schon haben, vielfach schon haben, mit der Option, dass unterschiedliche Partner mit ihren Fähigkeiten auf Zustände auf Zustände der Realität zugreifen können und damit Realität verändern oder Dienste anbieten können, die anderen helfen, Wertschöpfung zu generieren. Welche Relevanz hat die Pyramide? Haben wir es mit einem Relikt oder mit einem Monument zu tun? Ich glaube, heute tun wir gut daran, stand heute die Pyramide als Monument, als erfolgreiches Zweckgebäude wahrzunehmen und zu sehen, uns aufzumachen, diese Architektur zu realisieren und dabei noch die Pyramide verwenden. Das heißt, wir werden nicht umhinkommen und tun auch gut daran, gewisse Daten, Informationen aus bestehenden IT-Systemen zu verwenden und vielleicht auch wieder gewisse Daten oder Informationen in bestehende IT-Systeme zurückzuspielen. Wir tun aber gut daran, Aktivitäten nicht auf die Pyramide zu beschränken oder nach unserer Wahrnehmung auf die Pyramide zu fokussieren, sondern beginnen, parallel nebendran, die neuen Möglichkeiten der Internet- Technologie zu nutzen, das Internet der Dinge, wie es im Titel heißt, zu gestalten, in dem wir darüber nachdenken, welche digitalen Abbilder gestalten wir, welche digitalen Abbilder nutzen wir, wie müssen digitale Abbilder gestaltet sein, damit sie für uns Nutzen stiften und welchen Nutzen können wir auf Basis digitaler Abbilder und unsere Fähigkeiten anderen stiften. Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich Geschäftsmodelle, Geschäftsfelder. Ja, wir sehen auf der Ebene hybrider Produkte in der Tat unglaublich viel Potenzial. Nicht für alle Produkte, aber für sehr viele Produkte. Und Hersteller von Produkten tun unserer Meinung nach gut daran, sich frühzeitig sich jetzt mit auseinanderzusetzen, wie können wir als klassische physische Produkthersteller zusätzlich digitale Abbilder am Markt anbieten, vielleicht sogar betreiben. Und das wird ein Geschäftsfeld sein, das immer relevanter wird. Wir sehen die andere Ebene, die Ebene der Plattform. auch da mag es Unternehmen geben, die sagen, okay, wir nutzen klassische Plattformanbieter, aber wir bieten Services auf der Plattform an, beispielsweise Templates für digitale Abbilder, beispielsweise Betrieb von digitalen Abbildern, im Geschäftsfeld. Und wenn ich jetzt von Zukunft rede, dann meine ich nicht die Zukunft in fünf Jahre oder die Zukunft in zehn Jahre, sondern dann meine ich die Zukunft morgen, nächste Woche und nächstes Jahr. Wir haben Bedarf an adäquaten Anbietern von Lösungen für die Plattform-Ebene und darüber Anbieter, Dienstleister, Partner im Bereich Services, digitale Services. Unternehmen mit Analytics-Fähigkeiten, die in der Lage sind, Zustände unterschiedlicher Objekte zu analysieren und die Ergebnisse so zur Verfügung zu stellen, dass daraus Nutzen entsteht. In der Dokumentation, in der Risikoanalyse, vielleicht auch in der Finanzierungsanalyse, vielleicht in der Steuerung von Objekten. Wer weiß, viele Szenarien sind möglich und ich glaube, die Fantasie wird mit dem, dass diese Basis wächst, mitwachsen. Wir machen uns Gedanken, was passiert, wenn wir Open Infrastructure Objekte haben, also Ampeln, Verkehrsflüsse, etc. pp, aber auch Objekte aus Unternehmen heraus, Objekte, die heutzutage Objekte sind, mit denen wir es alle zu tun haben. Also, Geschäftsfeld 1, hybride Produkte, wie positioniere ich mich als Produkthersteller im Spielfeld IoT, Internet der Dinge. Geschäftsfeld 2, Plattformunterstützung, Gestaltung von plattformbasierten digitalen Abbildlösungen. Geschäftsfeld 3, und hier sind wir jetzt ganz stark im Bereich KI, künstliche Intelligenz. Hier sehen wir den wirklichen Mehrwert von KI. Analytik-Services bezogen auf digitale Abbilder, die große Bandbreite eigentlich beliebig sein können und unserem Unternehmen die Fähigkeit hat oder erwirbt, mit Analytics Nutzen zu stiften. Wir waren branchenunabhängig. Von der Landwirtschaft, über Produktion, über Versicherung, über Finanzdienstleister, die benennen die Branche, in der sie aktiv sind aktuell, und sie merken, die Branche wird zukünftig aufgelöst werden, weil es darauf ankommt, welche Fähigkeiten werden über KI-Services eingebracht. Lassen Sie mich noch abschließen mit einer Beobachtung, die wir haben. Die Beobachtung geht dahin, die Pyramide repräsentierten Unternehmen. Die Unternehmen haben gut daran getan, die IT-Bebauung für ihr Unternehmen optimieren, für ihr Unternehmen permanent zu verbessern, unter dem Stichwort Industrie für Null Schnittstellen zu schaffen, Durchgängigkeit zu schaffen, alles okay. Das neue Spielfeld kennt diese Unternehmensgrenze nicht. Das neue Spielfeld unterscheidet nicht mein Unternehmen, meine Daten, gibt es nicht mehr. In dem Gedanke, glaube ich, müssen wir uns lösen. Es geht darum, kooperative Datenräume aufzubauen, Datenräume, wo unterschiedliche Objekte durch unterschiedliche Partner genutzt werden können. Deshalb ist uns die Partnerebene sehr wichtig. Wir glauben, der zukünftige Wettbewerb wird sich hier abspielen und darum gehen, welche Partner haben gemeinsam Lösungen, die Wettbewerbsvorteile versprechen, die das überlegene Nutzenszenario ermöglichen, Wertschöpfungsszenario beinhalten. Daher von unserer Perspektive, künstliche Intelligenz trifft auf das Internet der Dinge. Wo tun Unternehmen gut daran, den Fokus draufzulegen? Glauben, als erstes der Blickwechsel ist ja förderlich. Als zweites das intensive Beschäftigen mit Wo sehe ich meine Geschäftsfelder in der Anwendung, in digitalen Services, Plattform-Ebene oder im Bereich der hybriden Produkte, vielleicht auch mehrere. Mit welchen Partnerschaften werde ich erfolgreich? Der Aufbau von Partnerschaften, von sogenannten Ökosystemen. Da sind wir an einem Punkt, da adressieren wir nicht Technologie, da adressieren wir Kultur. Wechsel des Spielfeldes von hier nach hier ist primär eine Frage, der Kultur, des unternehmerischen Denkens und des unternehmerischen Handelns. Ich hoffe, ich konnte die Hürden abbauen, nicht komplizierter, sondern einfacher, nicht teurer, sondern günstiger, bestehende Technologie in kleinen Schritten mit einzelnen Abbildern beginnen, lernen, Partnernetzwerke zu bauen und dann zu sehen, wie es lang geht. Um das zu unterstützen, haben wir heute den Tag so zusammengestellt, dass wir in dem ersten Vortrag uns hier oben ein Partnernetzwerk anschauen, wo sich drei Unternehmen zusammengetan haben und gesagt haben, wir können über diese Architektur vielleicht sogar zielführender für wichtig Services gestalten, als wir es mit neuer Software, mit komplizierten IT-Projekten mit teurer Investition in der Pyramide lösen könnten. Zweiter Vortrag, wie können wir neue Geschäftsfelder finden und gestalten von oben herunter in der Architektur neue Wertschöpfungsprozesse. Und dann haben Sie hoffentlich Lust bekommen, selber anzufangen. Selber anzufangen hat noch ein paar Hürden, da muss man noch ein bisschen detaillierter wissen, wie geht es und wo fange ich an. Und deshalb der dritte Vortrag heute. Wie gestalte ich denn digitale Abbilder und Services? Wo beginne ich? Worauf muss ich achten? Wo finde ich Hilfe? Welche Referenzen gibt es dafür? Welche Architektur Komponenten gibt es dafür? Gibt es schon eine Art Kochbuch, wie man hier vorgehen kann, wenn man sich vom rechten Feld ins linke Feld begibt? Das wird Inhalt des dritten Vortrags sein. Wir hoffen, wir haben Ihnen eine interessante Agenda zusammengestellt vom Monument der Pyramide zum wertschöpfungsversprechenden Architekturansatz des Internets der Dinge in Kombination mit KI. Ich hoffe, die Intention wurde klar und wünsche Ihnen jetzt spannende drei weitere Vorträge und dann keine Ausrede mehr, diesen Weg zu gehen. Vielen Dank. Da steht es an der Wand geschrieben. Was war und was ist und wie die Obachtungen haben, was möglicherweise sein wird und was viele von Ihnen auch hier im Auditorium heute schon erfolgreich praktizieren. Doch wie gelingt es uns denn tatsächlich jetzt hier Transparenz zu erschaffen, neue Wertschöpfung Szenarien zu entwickeln, neue Services. Services in verschiedensten Bereichen, was wir in den nächsten Vorträgen ausführlich hören werden. Vom Anwendungsfall bis hin zum Internet der Dinge unterstützt durch künstliche Intelligenz. Neben der IT, neben der klassischen Unternehmens Infrastruktur sehr schnell, sehr kostengünstig sind nur dann erfolgreich, wenn Sie es auch praktizieren und anwenden. In der Regel, eine Lasi hat es gezeigt, ein Unternehmen alleine wird es nicht können. Ein Unternehmen alleine, das Partnerunternehmen, was irgendein Produkt hat, wird es alleine nicht schaffen. Ein Plattformanbieter wird es alleine nicht schaffen, aber die Kombination von Partnern, auch Partnern, Branchen übergreifend, kann es gelingen und eines neues Verständnisses von Transparenz. werden verletziert, die lösung sind verletziert, die nicht die Vielen Dank.